Guten Abend, Leute. Willkommen zurück zu Travel in Terrace Town. Heute wieder mit Martin, Patrick, Juliana, Mia, dem Heinrich, dem Christian, dem Daniel, dem Björn und der Shigo. Nice. Wer heißt Christian? Ich. Wer ist Juliana? Wer ist dieses Shigo? Echt, du kennst Shigos Namen nicht? Das ist ja richtig. Nein, ich kenne Shigo nicht. Julie confirmed. Julie confirmed. Nein, ich meine, ja eben, weil Nils kennt Sabrina schon immer. Juliana ist es. Wer ist Juliana? Ich kenne nur Julio. Ey, Juli! Ist doch confirmed, Juliana. Kinder, ihr habt geballert. Uuuuh! Ballert! Wo seid ihr denn? Ich finde euch nicht. Aua. Rumballer. Auf welchem Deck gibt es die Drogen? Juliana erschossen. Ich glaube, die wird aber wiederbeleben. Juliana lebt wieder. Passt auf, in der Mitte. Mittlere Etage in der Mitte, da ist eine Mikrowelle. Mittlere Etage in der Mitte. Ja, genau in der Mitte vom Boot. Wow, wie sie immer als Angaben. In der mittleren Etage in der Mitte. Ich glaube, ich bin... Hallo, hallo. Wer will denn jetzt zuerst? Ah, ha. Schön hinten anstellen, ey. Gefährliche Aussage. Vor allem auf einer Kreuzfahrt, ey. Hast du mal Juli's Videotitel gesehen, ey? Was, ey? Guck dir die Videotitel von Juli einfach mal an, will es sein, ey? Jedes Dritte hat Penis im Titel. Ja, aber damit ziehst du noch keine Männer an, ey. Die geilen Gamer. Was ist denn los, ey? Wer will zuerst? Manchen gefällt's, ne? Aha. Dado spielt ja nicht mit. Oh. Oh, kommst du in den Feierabend. Der war jetzt unter der Gürtellinie. Was ging ja auch mit dem Penis. Genau Nils Niveau, ne? Ja. Eben, Nils geht gleich wieder. Und jedes Dritte Video. Ey, das kann da wohl nicht angehen. Kaka. 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 Nils Lieblingsthema. Ja. Nils kennt sich doch mit Fußballer. Der Fußballspieler war gut. Mit Kaka. Kaka. Das ist auch Julis Lieblingsspieler. Gibt's den eigentlich noch? Ja, ja. Kaka. Schapuza eigentlich noch. Glaubt, der ist denn doch schon ein paar Jahre in Rente. Den kenn ich gar nicht mehr. Glaubt, der spielt. Echt nicht? Der hat doch bei Bayern sogar gespielt, oder nicht? Hey, hier ist ein Toter. Ein Toter. Okay, aber es könnte sein, dass hier wie jemand noch zum Dingens zurückkehrt. Er wird nicht mehr spielen, ey. Ich greife jetzt mal eine Plasma quer überschriftet, wenn ich treffe. Alles klar, Nils. Bleib lieber mal unter den Deckel. Gigo, was surfst du hier am Laptop, ey? Nicht meine Pornos gucken. Nicht, nicht. Wir zocken gerade. Hast du den, äh, der? Wir machen ihn dir kaputt, den Witzig. Zock, Reception, Zock, Reception. Ja, und jetzt geht Nils dran. Oh mein Gott. Hey, Nils, Pornenbeck. Nils guckt Shigos Pornos. Wurde angeschossen. Das war Dalu. Von Kundran oder von den... Ich bin oben bei Shigo und TauTau. Hey, wo ist TauTau? Kundran wird, tschüss. Ich vergete Schlimmeres. Dalu ist hier oben. Oh, oh, oh. Da, 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 der Random Killer. Hey, warte mal, wie süß das Tür, die Tür dazu. Kundran, fahr jetzt noch. Rein da. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dalu wieder weg. Aber da standen so viele. Ich weiß nicht, wer die geplantet hat. Ich nicht. Kundran lebt wieder. Ja. Ist Kundran jetzt safe, Call? Ja, ich hab's im DNA und er ist respawned. Okay. Also, ich mach ihn neben. Er ist unten irgendwo. Oh, Keller? Unten. Dann gehen wir nach unten. Hast du was zum Wiederbeleben, Fisk? Uh. Nee. Ich mach den mit seinem eigenen Boomerang, ey. Mach ihn. Boomer, boomer, boomerang. Der ist im Felderraum. Wird's wegteleportiert. Achso, toll. Oben. Uh, ne. Hey, hier ist einer. Der oberen Felderraum. Immer noch drin. TauTau hat's erwischt, der arme Kerl. Komm raus, ey. Ich weiß. Scheiße, hat er wieder wen gekillt. Hallo. Er ist oben auf dem Deck. Shigo ist down. Ey, der kriegt seinen Boomerang noch ins Gesicht, ey. Denkt dran, Leute, ich hab seinen Boomerang. Da ist er. Ist er gerade auf mich geschossen, Juli? Aber er zeigt nicht sein wahres Gesicht. Nein. Ich hab nicht geschossen. Hinteres, nee. Was hin? Hinten. Hey. Ja, ich hab deine DNA. Oh, scheiße. Mein Kopf ist hier. Da ist er runtergesprungen. Ich hab ihn. Juli hat mir hinterher geschossen. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, Juli. Schön, Grants. Nein, Alter. Hälst mich, Grants. Hälst mich, Grants. Hälst mich, Grants. Hälst mich. Hälst mich, Grants. Hälst mich, Grants. Hälst mich, Grants. Das Beste zum Schluss, Fizz. Das ist alles schön. Das ist diese blöde DNA über den Tod hinausgelegt, ey. Ich hab, ich hab, vielleicht geht's wieder nicht. Grants gönnt sich hier, ey. I don't know. Okay. Da bin ich wieder. Ich dachte, die Runde war doch verendet. Ich hab eine Rifle gefunden. Super Ding, ey. Geil, ne? Super Teil. Super geil. Als das Spiel noch langsamer war, war die Rifle echt gut, ey. Als wir im Treppenhaus waren, hab ich gedacht, Grants, schieß mich jetzt bitte ab, ey. Warum denn? Wenn du in die Luft fliegst. Achso. Ich dachte, du denkst, ich bin safe. Weil ich so nett war zufrieden. Nee, ich hab doch nicht safe gefunden, ey, nee. Da wird geschossen. Ja, ich wüsste auch hier. Ey, Juli. Was war das, Grants? Du tradest gerade auf dem Fuß. Ja, Gordon. Du Juli, ey. Wer spricht denn heute für dich, Juli? Wer war der zweite Traitor? Ich hab den Traitor im Auto gemacht und die hab ich zerfetscht. Ja, das interessiert hier. Was ist passiert? Warum soll Juli wirft den Boomerang so ganz um? Achso, die ging ja hier direkt weg zu. Ja, richtig drei. Ja, oder wenn du an der falsche stehst, geht sie in deine Richtung auf und klatscht die beim Öffnen schon weg. Ja, genau die hatte ich. Dann drehst du dich um und haust mich direkt um, ey. Oh Gott, was kommen da für Leute alle an, ey. Da gibt's doch keine Waffeln mehr, ey. Guck hinter dich. Die beste Waffe. Ja, da kriegst du gleich die Sword-Off. Und du kriegst gleich die Ami-Saxi-Zählen. Was? Alter, was geht Juli heute mit dir? Warum? Warum heute? Achso. Ja, das war die Sword-Off. Die haben 16. Das ist der Schoppe, Lott, ey. Der ist ein dritter Raum! Wer? Maru! Das ist kein dritter Raum. Das war ein Mordanschlag. Könnt's nicht runterfallen von der oberen Seite. Nils ist auch? Ne. Nils ist, ne. Nils wurde von Maru da reingeloggt. Okay, gut. Total. Hallo. Hallo, Maru. Oh nein, ich hab die, ich, scheiße. Juli, komm mal her. Ja, scheiße. Ich hab grad die Sword-Off weggeschmissen, aus Versehen. Dann geh ich weit weg. OMG. Aus Versehen. Ja, wer macht das denn mit Absicht? Oh, er kill ich dich nochmal. Shit. Oh shit, oh shit. Der? Oh nein, jetzt hab ich den falschen. Wen wolltest du denn töten? Jetzt hast du ja noch auf mich geschossen. Konran? Ja? Der liegt noch. Du lehre dich mit Maru. Okay, Konran ist es. Oh! Konran, das ist wirklich, ihr macht mich immer... Oho. Ja, toll. Ich glaub, es ist Maru. Ich find... Yeah, total. Shiro ist auch einfach so gestorben. Ja. Ah, perfekt. Okay. Okay. Fade. 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 Ja, aber warum auch meiner nicht triggered ist? Ah, so. Weil dann dein Inventar neu resettet werden muss. Wieder was dazu genannt. Moment, da wollte ich gar nicht... Ah, die Meta hat sich dann schon verändert. Nach 850 Folgen. Ja, immer neue Updates. Hm. Das ist super. Jetzt geh ich mal ne... Jetzt diese Dead Ringer Fate Meta. Dead Ringer. Dead Ringer war schon immer Meta. Na RING. Seit Schubert. Alter. Ringe, ringe, ding, ding, ding. Ich hab dich noch mal gekriegt. Ich geh noch da ran, wie du jetzt erst mal bist. Ding, der Ring, ding, ding, ding. Der Dead Ringer war schon nice. Also das war schon cool. Jetzt ist es halt so Standard und alle gehen immer davon aus. Der wird ja gar nicht... Also der wird ja auch sehr selten genommen mittlerweile. Der Doppelgänger war auch geiler, wenn mehr Leute mit... Boomerang. Der Boomerang ist momentan schon da. Der Boomerang ist schon da. Weil er das Baby ersetzt hat. Ja, Boomerang ist vor allem auch immer ganz oben. Der Doomerang. Der Doomerang. Der Doomerang. Wo ist das das Baby? Ja. Boomerang of Doom. Ja, vor allem, er ist auch lautlos. Und jetzt hab ich das Baby. Ja, das macht immer... Auf der Map ist vielleicht das Baby sogar stärker. Ja, klar, weil du die ausweichen kannst. Nee, einfach weil der Boomerang nicht ruhig geht. Ins Meer fliegen kann. Aber das Baby, das räumt ja den ganzen Gang auf. Nee, hier wegen dem Wind auf Vorsee ist der Boomerang eh kacke. Irgendwer will jetzt hier grad ablenken und dann macht's Bäm. Und das Baby hat genug Sprengkraft in der Patrouille, dass es durch alles durchgeht. Voll in die Frise. Das Baby ist auch extra schwer gemacht. Gut dran ist es. Nee, ist auch geil. Es ist genug Schwarzfolfer in die Frise mit eingebaut worden. Wie verachtet Fisch drauf, dass er nix vor mir macht. Gleich passiert was. Achtung. Haltet euch bereit. Achtung. Oh, Achtung. Achtung, Achtung. Achtung. Halt, Stopp. Jetzt kill ich. Achso. Halt sich so zwittig. Zack, tut der Traitor. Nils verfolgt mich mit Assault auf. Ach, schau. Nils, über Nils? Hey, wie? Schick. Hier ist ein Baby geflogen. Feinträger. Oh, wir müssen Bum machen. Wir verpassen alles. Wir haben alles verpasst. Nice. Fisch wurde vom Kollegen erwischt. Also, Schigo hat Fisch gemacht und Fisch dann Schigo mit der Märtyrer. Das war so gar nicht. Ich treffe mich auf. Ich hab so tief. geguckt, dass ihr das Tee nicht gesehen habt, ey. Das haben Schigo und ich auch schon mal gemacht, aber dann bin ich wieder aufgestanden. Was war denn nochmal an dieser einen Stelle passiert, die wir leider nicht aufgenommen haben, was niemals wieder passieren wird? Weißt du noch, Grans? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß noch, welche Map das war. Es war unmöglich, was da geschehen ist. Was ich noch aus dem Baseballbet? Nee, ich glaube, irgendwie war auch irgendwas, was du werfen konntest. Das ist abgeprallt von irgendwas. Und hat dann zwei Leute gekillt. Unmöglich, kann man nicht mal mehr erzählen. Man weiß es gar nicht. Weil das so unrealistisch eigentlich war. So wie der eigene Typ, der von sieben Blitzen betroffen wurde. Das ist was er sagt. Sie haben sieben Blitze, ey. Diese Feuer. Die Arme. Die Arme. Dann hat er sich erschossen, weil er es nicht mehr tragen hat. Hatte ich gerade einen Lack oder hatten wir alle? Du hattest einen Lack. Du hattest einen Lack. Brain Lack. Du hattest einen Lack. Ey, warte mal, wieso bist du im Traitor? Weil ich spinne. Ich wollte hier gerade einkaufen. Hey, Wer hat Grans getötet? Ich habe noch alle Schüsse. Hat er nicht gerade mit dir geredet? Ja. Ich schwöre, ich habe noch alle Schüsse drin. Ich schwöre. Ja. Ich schwöre. Ich schwöre. Beim Moritz 3. Weil sonst glaubt man mir nicht. Eisnifes, Eisnifes auf mich. Eis, Eis, Eisnifes auf mich. Ja, aber theoretisch kannst du dann eh nicht lange leben. Warum tötet er dich denn da nicht? Wo bist du, Schigo? Ist du sicher, dass du Eisnifed wurdest, weil du immer noch lebst? Sie ist die Bärenfalle wahrscheinlich. Hier ist Schigo. Jetzt aber erst, oder? Und womit? Dann war es die Bärenfalle. Weiß ich nicht. Ah, Bärenfalle. Nicht Eisnifes. Könnt ihr bitte weggehen. Wir haben hier Privates zu tun. Aber Bärenfalle kannst du DNA'n. Ja, Trudy muss erst die Leiche von Grant schänden. Boah, siehste, das Metagame. Ja, und seine Waffe habe ich auch abgelurkt. Aber ich weiß nicht, wer ihn gekillt hat. Das war so weird. Er war plötzlich tot. Dalu ist es. Äh, wieso? Ah, hier ist die Bärenfalle. Fisk. Dalu ist es. Äh, nein. Er ist ein Deadringer, ist ein Deadringer. Draußen oder drinnen? Drinnen. Aua, ey. Wer schießt auf mich? Ich war es nicht erschossen. Maro hatte, glaube ich, irgendwas komisches in der Hand. Den Negev habe ich in der Hand. War es den Negev? Okay. Maro nicht auf mich. Renz? Renz wurde wieder bei der Kanne treten. Wow. Maro. Hust der. Rater. Er hat mich geschossen. Welche Dreck-Sau. Wahrscheinlich dann. Renz? Ah. Renz ist ein braver. Der Schmiedel. Hey. Im Treffraum ist er drin. Im Treffraum ist er drin. Okay. Einer von uns ist zu fett. Er ist zu fett. Hey. Da ist wohl ein Treffraum wieder nach. Ah. Ha. Hey. Oh, wird gebollert. Oh. 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 Das leckt gerade bei mir wie die Hölle. Ja. Hä? Wer jetzt? Was jetzt? Nee, der hat nur gekauft. Wen? Wen habe ich mit der Tür weggehauen? Mich. Ich lebe doch noch, Juli. Ich dachte, du war heute. Oh. Haut rein. Ich dachte, du hast Grenze erschossen. Dann habe ich dich erschossen. Fünf oder sechs? Fünf oder sechs? Das war jetzt Folge fünf. Ich weiß es. Also, warum habe ich sechs Aufnahmen? Müsste die sechste Folgeaufnahme geworden sein. Ähm, warte. Ja, sechs. Okay, dann machen wir noch eine und dann haben wir wieder eine auf Vorrat. Ja. Okay. Oh, Tautau mit der Traitor-Tür weggeklatscht. Ich habe so eine dreckige Lache gehört, aber wie ich schon dachte, das war eine Tür. Die Tür. Die Tür.